Servus zurück bei Donkey Kong und heute lassen wir es hängen, nämlich im Lianengehengel. Ja, siebtes Level schon in der fünften Welt, Freunde. Ich finde, ich komme ganz gut so ran. Ich habe anfangs, wo ich das Spiel angefangen habe, gedacht, oh mein Gott, du bist so schlecht, du kommst niemals bis zum Ende. Und jetzt sind wir schon in der fünften Welt und da auch schon fast durch. Junge, Junge, Junge. Lianengehengel. Tja. Ich spiel's erstmal so. Also, ich habe jetzt im letzten Level, im letzten Teil hatte ich ja Squawks mit dabei, den ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht habe. Ich habe alles selber gefunden und ja, Bananensaft brauche ich ja auch nicht, weil ich denke mal, wenn wir hier runterfallen und die Lianen nicht greifen, sind wir sofort tot. Wie soll ich da oben hinkommen? Ah, du kommst hier hin. Nein, du kommst nicht hier hin. Hä? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Und ja, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Tatsachen denke ich mal nicht, dass es von Sinn wäre, jetzt hier in irgendeiner Art und Weise mit... Ah, oh. Okay. Okay. Hehe. Mit irgendwelchen Bonus-Items zu arbeiten. In diesem Sinne, freuen wir uns auf Lianengehangel. Und wer könnte es gedacht haben? Lianen spielen hier eine große Rolle. Äh. Und Puschelteil. Puschel. Ähm. Okay, vielleicht hätte ich doch besser Quarks holen sollen. Wobei... Man soll das jetzt... Ah. Bonus-Day. Jawohl. Und wir haben hier wieder... Ach, die Dinger. Okay, wir machen es genauso ruhig wie... Bei den anderen auch. Oh, oh. Ha! Geschafft. Oh, 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 oh. Wie dann auch noch die Zeit dann... Oh. Und das Tick-Tack und Musik und... Oh. Das macht schon ein wenig kirre. La, 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 la. Oh, und so... Oh. Mega-Mammut-Tiki. Langsam kriege ich auch Hunger. War eben aufgestanden und hab ich mir direkt gedacht... Komm. Fang direkt an zu zocken. Okay, das Leben ist weg. Ui. Da ist, da ist, da ist. Da ist, da ist. Das hasse ich ja. Äh. Und hier muss ich bestimmt auch alle einsammeln, um irgendwie ein Puzzleteil oder so zu kriegen. Ganz unten. Oh ja, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, aufgestanden und dann direkt gedacht, komm, Donkey Kong wartet auf dich und, ja, noch nichts gegessen heute. Hier ist ein Geheimdienst. Das sieht man. Nein. 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 Was ist denn? Das ist jetzt schon wieder gewesen. Da unten ist ein Buchstabe. Was bringt mir das jetzt hier bitte? Ah, ich kann jetzt hier hoch, oder was? Das ist alles? Und ich hab gespeichert. Und ich kann nicht mehr zurück. Ja, zurück bitte. Zurück. Nein, zurück. Och, das ist doch scheiße, Mann. Zurück. Wieso geht der nicht zurück? Und ich darf hier nochmal rein. Ah, Didi, komm. Aber wenigstens finde ich jetzt hier alle Puzzleteile. Da ist doch auch wieder ein Geheimnis. Jawoll. Wieder ein Geheimnis. Wieder ein Puzzleteil. Fünf von... Äh, hallo? Achso. Mann, ey. Wäre ich doch mal abgesprungen. Yeah. Ja, toll. Ich hab das N nicht. Ah, das Leben. Ah, ja, egal. Ich möchte doch alles erstmal einsammeln. Sieben von sechs. Äh, sechs von sieben so rum. Oh Mann, das ärgert einen so richtig, ne? Wenn man es gesehen hat, man weiß, wo der Fehler lag und... Oh, man kann nichts dagegen tun. Halt, ich will die Müll... Ah, ne, die... Alles hier. Gefährlich für den Affen. Alle sind hier heiß auf Affenfleisch. Oh, ich hab alle Puzzleteile. Na toll. Aber das N nicht. Ich muss hier alles nochmal machen. Weil ich mein, im Moment geht's ja noch von der Schwierigkeit her. Die Idee hier, das wieder so zu machen, ist schon wieder richtig geil. Da ist das Ziel. Oh ja, oh ja. Die will ich haben. Ach, 14 Uhr. Ach, Mann. Tja, sechs Minuten für das Spiel gebraucht. Ha, doch nicht mal. Ja, Bildergalerie aktualisiert. Toll, mach ich jetzt zuerst das nächste Level und hol mir dann das Kong? Na, ich glaube ja. Also, Mampfer Marathon. Spiele ein. Wir wollen spiele ein. Ich glaube, das ist auch das erste Level, wo ich zuerst alle Puzzleteile habe und dann alle Kongs. Oh, die Musik ist schön. Und das ist jetzt wahrscheinlich das alligste Level überhaupt. Da ist nix. Da können wir nix machen. Äh, achso. Ne, ein gelber Frosch. Huchten. Nix drin. Ih, da ist eine Spinne drauf. Wieso ist da eine Spinne drauf? Äh? Hier kommen immer Bananen runter. Wieso kommt da Bananen runter? Heißt es, da oben sind noch mehr lockere Gegenstände? Heißt es, da oben ist vielleicht... Ist vielleicht, äh, ne? Hä? Okay, das sieht man. Äh. Ih, was ist das hier? Okay. Gehen wir jetzt hier in irgendeinen Bau rein oder so? Da ist ein Baum. Äh. Was ist denn das? Was? Oh Gott. Und die Musik. Ähm. Ähm. Ganz ruhig und... sachlich wollen wir hier durchgehen. Da ist es. Da ist mit Sicherheit ein Puzzleteil. Aber, ja. Was ist denn das für ein Scheiß? Sollen das Spinnen sein? Ja, das sind Spinnen. 100 Pro sind das Spinnen. Ja. Ach ne, ich hab die, die nicht. Das ist ja so ekelhaft. Und deswegen sind hier auch überall Spinnen drauf. Ha. Och. Erschreckungspotenzial hoch. 96. Ja, klar. Und ich renne direkt wieder hier vor. So, das Leben wieder aufgefüllt. Oh, warten. Skar wollen wir mitnehmen. Nein, nicht da runter, Donkey. Hier, durch. Nein, da runter. Nein, aber. Aber ja, aber. Da war ich zu hektisch. Okay, das dauert jetzt hier mit Sicherheit länger. Das dauert mit Sicherheit so viel länger. Äh. Hat er das fast greifen wollen, aber irgendwie hat er es mit seinen riesen Prankehänden nicht geschafft, das fast zu greifen. Äh. Äh, ja. Bums, bums. Ja, aber auch hier wieder das Schöne. Das, das rechne ich dem Spiel echt froh an. Dass, wenn wir genau solche 10 haben, wie jetzt hier. Halt das, K. Dass wir immer Zeit haben, oder die Möglichkeit haben, durch die, ähm, ja, natürlich. Jetzt schabbel ich. die gefundenen Leben immer wieder auf Stand 0 zu kommen. Ja, ist klar. Äh, und. Und hier rüber, 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 rüber. Oh Gott. So was hasse ich ja hier wie ein Pest. Oh, das war knapp. Nein! Ach. Kacke. Und es ist kein Speicherschwein in der Nähe. Ja, das Level braucht wieder länger. Nein, ich hab... Ich vergesse es jedes Mal. Sofern man natürlich jedes Mal dieses Leben kriegt. Oder erreicht. Aber bis jetzt sieht's ja einigermaßen gut aus. Na hier, also du schaffst es nicht hier durchzukommen. Ah, das K. schon wieder vergessen. So, das geht ja hier noch alles einigermaßen. Komm, 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 komm. Nein. Nein. Weiter, 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 weiter. Komm, 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 komm. Nein. Nein. Ich muss das Level nochmal machen. Oh. Jetzt, da unten ist mit Sicherheit auch wieder ein Puzzleteil. Oh, ich hab die, die schon gar nicht mehr. Oh, 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 oh. Oh ja, oh ja, oh ja, oh. Speicher. Nein. Tut dämlich, das Speicherschwein. Immer, wenn man dich nicht gebrauchen kann. Oh, oh. Oh, nee. Wie viel habe ich nicht? Das N habe ich nicht. Und zwei Puzzleteile. Ja, eins weiß ich, wo es ist. Oh, nee. Aber ein extra Herz würde da auch nichts bringen. Ah, der Boss ist frei. Der Boss ist frei. Flucht vor Mangu Mangu Gubi. Okay, what the heck. Wir schauen uns den Boss der fünften Welt an, Freunde. Auf geht's. B wie Boss. Oh, 13 Minuten knapp gespielt. Das könnte noch gut hinkommen. Wau, 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 wau. Huhu, huu. Da ist Didi. Du kommst mit. Hey, hey. Hi. Da unten blinkt was. Na, klar. Und der Affe springt natürlich drauf. Hi, die haben das Licht zuge... Macht. Oh Gott, wie bist du süß? Oh Gott, alle Blumen. Äh. Ihm. Hehehe. Na, ist die geile Musik wieder. Was? Ja. Ach nö. Oh ja, nee. Ist klar. Ja, und alles fällt natürlich in sich zusammen. Ist klar. Moment, müssen wir jetzt... Er hat's gezeigt. Okay. Wir müssen... Uiuiuiuiuiui. Okay. Wir dürfen uns nicht von ihm treffen lassen. Moment, was ist denn das? Okay, er geht immer nur... Äh, nein. Okay, er verfolgt mich einmal rum. Herum. Ich bin aber schneller als du. Okay, auch nur, weil es in unsere Richtung lief, das Rad. So, und was mache ich jetzt hiermit? Ah, damit mache ich ihn... Ah, damit kann ich ihn... Ah, okay. Komm her. Pumms geraufen. Was haben wir hier? Ein Herz. Brauche ich aber nicht. Noch ein Herz. Okay. Sind relativ großzügig. Okay, ah, okay. Ich muss es erst wieder aktivieren. Ach, Pause, Pause, Pause. Das ist ja mal geil. Das ist der erste Gegner, wo wir uns richtig ausruhen können. Nee. Oh. Komm, hau mal ab hier. So, heppern. Hepp. Äh, nein, was mache ich? Okay, also wieder von Leben werden... Ja, oh, 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 oh. Ah, nein. Scheiße. Nein, wieder zurück. Wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Okay, das müsste jetzt auch klappen. Äh, Donkey, gehst du mal weiter? Bumm. Bumm. Äh, ich muss... Oh, nein. Ich hab die, die nicht. Und gleich ist das Ding wieder zu wetten. Ich muss auf die... Mann. 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 Ach, alles verloren, ey. Alles verloren. Mann. Das ist doch zum Kotzen. Das war jetzt gerade richtig dämlich von mir. Ich komm, die hinterher. Und da drauf. Oh, und zwei Treffer sogar. Ha. Boah. Komm, ich brauch ein Leben, Freunde. Ich hab aber alle schon aufgebraucht. Scheiße. Okay, und ich glaub, er wird jetzt auch schneller. Kann er sein? Ja, er wird schneller. Äh. Äh. Okay, nur noch mit dem gehen. Nur noch mit dem gehen. Komm, hier hoch. Hier hoch. Ja, so ist schön. Dann gehen wir hier rum. Und dann gehen wir... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Jetzt gehen wir hier rum. Und jetzt, 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 jetzt. Dumm. Ja, bumm. Haha. Beim ersten Mal. Was ist los? Was geht los da rein? Bums. Ohne Diddy auch noch. Ey, was ist los? Oh Gott, Sterbesszene. Das... Hahaha. Nix. Na, warte. Hahahaha. Ach, ich hab die Wie doch geschüttelt. Ihr habt's gehört. Ich hab sie fast zertrömmert, meine Wie. Warum hab ich immer nur einen Treffer, Mann? Mann. Musikgalerie aktualisiert. Ich hab die fünfte Welt geschafft. Ich fass es nicht. T-tisch. Areti töffi töff. Das ist so unglaublich. Ey, ich pese hier durch. Und in der ersten Welt hab ich mich so schwer getan. Wie heißt jetzt die nächste Welt? Und? Bäm. Wo ist meine Fahne? Da ist sie. Hahaha. Ja. Klippen. Ach herrje. Was? Oh Gott, sieht das ekelhaft aus. In klebriger Mission. Äh. Freund, wir sind in der sechsten Welt angekommen. Uiuiui. So, das heißt aber jetzt erstmal den Wald abschließen. Lianengehangel. Lillill. Ja, da weiß ich ja, wo es ist. Spielen. Wir holen uns das Kong. Oh, und da müssen wir noch den anderen Kack da machen. Da freu ich mich ja wieder drauf. Ah, ah. Ach, wie ist es denn? So, komm jetzt, Affe. Genug getanzt. Ja, Didi. Ich komme. So, da bist du. Äh, hier runter, bitte. Und hier durch. Dann nehmen wir die Bananen mit. So, und jetzt bitte aufpassen. Da ist das K. Da war ein Puzzleteil. Äh. Okay, die wurde immer rot, habt ihr gesehen. Irgendwann kann sie wahrscheinlich da nicht mehr. Da ist noch eine Bonus-Stage. Die haben wir schon. Bum, bum, bum. Da ist nichts drin. Moment. Ach, da oben gab es nichts. Ja, ich weiß, das Leben ist weg. Moment, da oben war doch auch schon wieder was, oder? Ganz links oben in der Ecke habe ich irgendwas gesehen. Hier kam doch jetzt irgendwo ein Buchstabe, oder? Da ist er. So, und jetzt kommt das N gleich. Da darf ich jetzt nicht in diese dämliche Bonus-Stage, da, dieses Fasser. Ich glaube, das war hier, oder? Ja, ich meine, das war hier. Hier irgendwo kommt jetzt der Buchstabe. Irgendwo der Buchstabe. Ja, 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 ja. Heppa! Hahaha, Busch dann! Die haben es. Ich meine, irgendwie kam ich doch da hoch. Da ist nur Didi. Hier war das Puzzleteil, was wir ja schon haben. Und, halle, hopp! Wo war jetzt das G? War das hier? Nee, da war es nicht. Da war nur das Puzzleteil, was ich schon habe. Wumms, wumms, wumms. Und du musst auch noch dran glauben, dann haben wir es. Ich muss wieder alles im Bild zerstören, das ist auch wieder so eine Eigenart von mir. Aber ich glaube, das ist eine Eigenart von jedem. Dass man immer stets alles, was man im Bild sieht, zerstört haben will. Ja, 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 ja. Alles meins, alles meins. So, wo kam jetzt das G? Hier war es. Nein! Wo kam jetzt das G? Oh, da war ich gerade an mir vorbeigeflogen. Ach, hallo, die... Die. Ich wollte Didi-Kong sagen. Ich ist doch gar nicht Didi-Kong. Ich ist doch Donkey-Kong. Hep, hep, hep. Moin, ciao. So, nochmal das Ganze. Weil es so schön war. Achtung, jetzt kommt's. Da ist es. Nein! Ey! Ich fress gleich hier. Mann! Hallo, ich drück die ganze Zeit. Warum lässt du den Ballon nicht los? Mann, ich hab die Wii jetzt auch gerade geschüttelt. Donkey, du brauchst gar... Ja, ist klar. Wieso ist das jetzt hier so schwierig? Die Stellen, die schwierig sind. Ach, pese ich so durch. Und so einfache Stellen, die jetzt hier gerade. Hallo, ich hab's doch beim ersten Mal geschafft. Das kann doch nicht sein. Na, endlich. Nein! Weil ich dieses dämliche Leben haben wollte. Ach, Freunde, kein Kommentar, wirklich. Bitte, kein Kommentar dazu. Aber ihr werdet sie sowieso schreiben, das weiß ich. Und wenn das hier schon so ist, oh mein Gott. Und das ist erst die fünfte Welt. Ach, gibt es! Das kann nicht sein, das kann doch echt nicht sein. Hallo, ich drück hier, hört das? Und er lässt den Ballon nicht los. noch mal. Das wievielte jetzt mal? Elyrius. Ich glaub, du warst das, ne? Der gezählt hat. Kann das sein? Moch! Das Leben, das kann mir jetzt mal gestohlen bleiben. Genug aufgeregt. Jetzt wird wieder gespielt. Oh, ein Leben. Eine Monscha, die hab ich jetzt nämlich jetzt auch erreicht. Die hatte ich nämlich beim letzten Mal... Oh ja, okay, total. Ich glaub, ich hab ihn nicht erreicht gehabt. Ah, jetzt ist das wieder hier. Nein! Zu früh runter. Das sind so blöde Treffer, die nicht nötig sind. Ach, wir haben's. Ah, München, München, Münchenduche. Ey, über 15 komm ich nicht, kann das sein? So, 25. Bevor ich jetzt dieses dämliche Spinnen-Level mache, ne? Jam, 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 jam. Da wieder die Zähne ausrupfe und ausschlage und was auch immer. Und die Bonus-Stage dieser Welt hier. Jetzt hab ich sie aber langsam, ne? Die ist bestimmt da in der Mitte auf diesem Turm da, auf dieser Pyramide mit der Plattform umdruck. Mache ich hier Schluss und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Also, bis dahin, Freunde. NRW-Boy18. Adieu.